Man guckt dann schon gerne darauf zurück, wie es bei einem selber war, aber man merkt auch so, der Fußball ist schneller geworden, ganz andere Situationen und, und, und. Also ich glaube, das ist auch manchmal schwierig zu vergleichen. Die mediale Welt hat sich verändert, also es gibt ja immer so viele Themen, vor allem, wenn ich jetzt zurückführe. Ich meine, das ist meine 13. Saison, wenn ich jetzt vor 13 Jahren zurückschaue, dann ist das schon ein Quantensprung, was so passiert. Ich meine, die Zyklen werden immer kürzer und das merkt man dann schon.